willkommen zurück ladies and gentlemen hier ist wieder euer die und wir spielen wieder assassin's creed valhalla in dieser folge will ich hier ein bisschen erkunden ich will zum einen zu einem aussichtspunkt zum anderen will ich wieder ein ordensmitglied schnitzeln das könnte vielleicht ein bisschen haarig werden aber schauen wir doch einmal ich will vor allem glühwürmchen frei ich will vor allem auch hier mal ein bisschen die gegend der kunden so viel haben wir jetzt ja noch nicht gesehen von england da hilft uns das ganz gut wenn wir uns mal so ein aussichtspunkt heraussuchen und hier in die nähe oder in der nähe von dem dient in die richtung ist auf jeden fall hier der aussichtspunkt ihr seht ihn bereits da oben den strahl und die pfeile ja gut wir sind gut ausgerüstet wieso steht das hier einsam und verlassen einfach so keiner in einer nächsten folge können wir dann auch mal wieder einen raubzug machen ich will auf jeden fall jetzt so größtenteils das gebiet in dem wir uns befinden also dass wir ja hat es unsere stärke ausreichend ist will ich dann am besten ab und zu reden oder zumindest clean halten das hört sich mich seltsam an aber schauen dass halt alles erledigt ist in dem gebiet bevor wir ein neues vorstoßen sonst könnte es am ende richtig viel sein und das wird von mir dann auch richtig einseitig deswegen erst mal ein bisschen erkundet das war ein wolf wolfe tötete ich nicht ich bin vom rabenklan aber ich habe gerade einen raben erledigt das ist irgendwie traurig aber gut bläder okay als ob ihr einfach so random auf die wiese so eine kiste mit seht ortendeck drei klassen ausblick okay ich komme jetzt hier noch das erst bevor wir zum aussichtspunkt gehen das lassen wir liegen wir können uns ja einfach kaufen aber es überrascht mich irgendwie dass hier nichts bewacht ist gerade wenn hier auch noch dieser aussichtspunkt gebaut ist das ist schon mal richtig seltsam können wir die pfeile dupen was haben wir hier okay ich würde sagen ihr könnt euch das durchlesen ist das leider zu viel auch für die folge wenn wir zur story relevantes will ich auf jeden fall selber auch durchlesen in der aufnahme aber jetzt so der schlüssel für nebenbei ist immer ein bisschen schwierig leider ist es gerade dunkel aber sieht doch da eine schöne entgegen aus und hier vor uns also schräg rechts da müsste glaube ich unser nächstes ziel sein eben nur da in der stadt schon auf der karte ist doch noch etwas weiter aber ja genau da hinten na toll ihr seht schon bei mir noch ordentlich was zu tun perfekt jetzt gibt es hier auch endlich dieser scheiß heubein ich finde es gut dass wir so rutschen können weil kann mich eigentlich so einen berg runterrutschen ich muss leider dazu sind gut ist es kein schnee mehr da aber im grün ist einfach mal ewig lange nichts keine feinde kein tier nichts am looten ah ja stimmt wir müssen wir den fluss drüber ich hoffe es gibt hier keine krokodile sonst bin ich im arsch entspannt euch entspannt euch ich will euch nichts tun ich will euch mal ein bisschen action können etwas schnitzeln aber nein natürlich nur ein verbindeter ich brauche auf jeden fall auch wieder was man das kupfer barren kohlebarn kohlebarn koffer barren da muss ich jetzt nachschauen das ist mir keine ruhe kohlebarn und wir haben drei stück damit könnten wir eigentlich unsere sekundärwaffe aufwerfen ich glaube das werden wir insta machen so weit wir wieder zurück zum schmied kommen alter hast du mich jetzt erschreckt aber krass wie weit wir schon vorgedrungen sind wenn wir sogar hier schon patrouillieren aha hier gibt schöne schätze können wir hier rein was wetten wir zu als ob es offen ist da ist vorräte jetzt ist nur die frage wieder da kommen wir nicht durch man kann sagen das sieht doch zerbrechig aus da wollte ich jetzt noch gar nicht rein aber okay ja dann loot erstmal die linke also gut wir kriegen hier gut viele vorräte ich könnte eigentlich sowas abfragen aber wieso da hinten ist ein schatz das wird wieder so ein krasser babo sein ich glaube wir könnten hier einen kleinen krieg von zaum brechen das hier ist ein misstrauensgebiet ähnlich wie die kloser und sowas also sind nicht insta feindselig ich glaube auch jetzt mal dass sie mich nicht mögen hier runter kommst du hier runter ja du kommst hier runter fallen bitte oder langsam runter klettern geht natürlich auch oh gott ich dachte gerade das wäre ein du hier ist nichts pfeile gleich ja voll okay willst du wissen dass wir hier schon mal pfeile haben ich glaube hier können wir richtig geil looten an der stadt jetzt wieso hängst du da an dem scheiß fest okay hier wird es scheinbar irgendwo sowas wie ein keller geben okay ihr seht auch schon da vorne ist dieser baum hier da müssen wir auf jeden fall aufhören okay wie kommen wir unter uns gibt es hier vielleicht katakomben das ist auf jeden fall vereinfacht 63 Rust Team Einermissionen okay um nicht aufzufallen okay we will attack on site here what's going on okay wir müssen jetzt eigentlich assassinieren können keine ahnung wieso meine jetzt die ganze zeit nur mit ihm nur mit ihm gespielt hat jetzt hör doch auf mit dem scheiß das hat er wehgetan als ob die jetzt aufduschen können wo bin ich Frau Ohne sie wissen wo ich bin ich kann gerade sagen das Gute ist dass die wo bin ich da bin ich da stimmt ich wollte jetzt die diese folge mal karrieren das mache ich viel zu selten das ja eigentlich gar nicht das stimmt ich habe die zielhilfe ausgestellt deswegen da muss mich erstmal dran gewöhnen weil ich habe gesehen dass die zielhilfe an ist what the fuck die spüren von draußen die tier zu der tut hat die leiche entdeckt okay hier in dem haus sind einfach bei hühnern perfekt der ort dafür kann ich vollkommen nachvollziehen okay das ist voll sehr schön wir machen mal die tür auf damit ein bisschen luft reinkommt ich schätze mal wir müssen da hoch wir können dann hier irgendwas machen so was wie da und da kommen wir in die katakomben perfekt nein 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 bitte nicht es überrascht mich ja dass hier keine hinterherte sind oder keine gegner irgendwelche wachen hier drin aber gut schauen wir mal was für ein rüstungsgegenstand haben wir oder kriegen wir Sandys Zorn äh Skardys Zorn oh das sieht schon schön aus was ist das für ein Bogen leichter Bogen okay jetzt haben wir Raubtürbogen Jagdbogen und einen leichten Bogen also theoretisch können wir jetzt richtig können wir jetzt alle Pfeile verschießen perfekt wenn wir mal um sind okay weiter geht's oh das war knapp an dem Ding vorbei an dem Zivilisten vorbei aber cool dass wir hier die Fenster kaputt machen können das wird gemäht okay okay ich muss mir mal schnell einen Überblick verschaffen mhmhm geben wir noch einen Schatz 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 äh hier unten ist ein Eingang da ist noch ein Schatz wow die Quest machen wir jetzt erstmal nicht ah direkt über uns oben auf dem Dach können wir diesen Schüssel ah vielleicht komme ich hier drüber wait wait a sec vielleicht komme ich so dann aufs Dach hoch wenn ich wieso springst du da runter okay ich sehe was du da hast ich glaube dass ich durch die Fenster dann nach draußen komme oh mein Gott äh bitte hier einfach nur hinstellen hier nur da hinstellen ja man kann auch einfach runter springen wie sollen wir das jetzt eigentlich kaputt machen aber hier oben da oben ist der Aussichtspunkt da will ich jetzt natürlich auch mal hinschauen dann schauen wir uns mal die ganze Stadt von oben an da jetzt nicht hochkommst aber gut dass jetzt so ein Aussichtspunkt hier auf der Kirche drauf ist okay da wären wir schön schöne Stadt jetzt schaut euch mal dieses schöne Gebiet an das ist Herbst in Blätternacht zu beziehen von den Bäumen also es ist nicht ganz Winter aber jetzt auch nicht unbedingt warm super okay und wir haben da drüben haben wir noch einen Schatz da haben wir einen Schatz und da hinten haben wir einen Schatz und da hinten haben wir einen Schatz die holen wir uns jetzt äh komm ich da runter ja tsch es kann natürlich auch sein als wir dann die Fähigkeit sozusagen freigeschaltet haben dass wir da dann auch hier die ganzen Heuballen freigeschaltet haben also dass sie hier versteckt sind wisst ihr wie ich meine? ach so hier kann ich mich unterdräumig hinsetzen super und ich habe ums hat der gerade You did zu mir gesagt? mach doch gar nichts hey jetzt oh okay äh ich glaube die könnten jetzt vielleicht darauf aufmerksam werden dass da deren Kופasen liegt wenn wir zum glück genug feile sind wir können mich einfach kurz im prozess machen aber die truhe kann ich finden das ist es nicht ja doch das müsste ich hier sogar ja das ist ja gut okay deswegen standen die da vor jetzt geh bitte darunter da können wir uns hinsetzen okay ab zum nächsten schatz dann müsste der hier links sein oder es ist der rechte eine gute frage keine gegner da hinten ist ein schlüsselträger das kann ich hier untersuchen ach so so kann ich mich tarnen ich verstehe cool gemacht immer hier hinten raus da hinten sind wieder du und hier sind die du vielleicht kann ich dir hier zum frei bleiben also ob der einfach weg läuft ich schieße raus und er läuft weg da hinten ist der schatz okay da müssen wir hin alles normal hier war nichts das ist ja einfach nur ein heuhaufen aber ich kann wirklich clever sind hier wirklich nicht aber wenn der da hingeht kann ich ihm vielleicht jetzt auch noch mal und schotten der nächste heruntergegangen bedeutet ich kann hier das war jetzt nicht so ein attentat wie vor hatte aber ich bin klar damit es wird doch safe auffallen okay vielleicht was das doch okay jetzt müssen wir nur warten bis hier alles aufhört zu brennen okay da hinten sind noch mal gegner keine ahnung wieso die da hinten stehen okay und runter hallo runter 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 danke und jetzt müssen wir hier brauchen glaube ich der erste schatz dem wir hier unter wasser blöder müssen und hier sonst noch irgendwas machen wie ein hidden secret nein sieht nicht so aus okay kannst du auf den bau hochklettern weinot hey kannst du da jetzt ernsthaft nicht rüber aber da wollte ich gar nicht hin ich will da zum schatz ist der hier drin ah der ist hier drin wahrscheinlich irgendwo ja ja okay da ist auch der schlüsselträger ich frage mich ob ich ja als ob ihr mich da dritten sieht ich kann ob ich da irgendwo rein kann hier vielleicht da war noch einer jetzt nicht mehr und die frage kommen die hier hoch als ob der genau dann seinen kopf zur seite bewegt bin ich offizide ist doch wieder typisch okay aber ich müsste jetzt hier eigentlich runter können und den schlüsselträger ausrufen und entdecken okay zu dem komme ich nicht ich würde sagen das war es für diese folge danke fürs zuschauen hoffentlich hat es euch gefallen und ich hoffe wir sehen uns noch einmal in der späteren videos bis dahin einen schönen tag bis dann ciao ciao so